Nisch könnte da! Sternen könnte da! Kann ich hier so? Das ist doch ein Spiel! Spiel machst du überhaupt nicht! Das ist böse! Das ist doof! Da lang! Aha! Keine Angst, ich bin bloß vorsichtig! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival und ich bin froh, dass ich überhaupt hier bin. Mann, 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 ihr könnt euch ja nicht vorstellen, was gerade los war. Ich hab nämlich gerade mich entschieden dazu, eine kleine Pause zu machen, was eine ganz dumme Idee war, weil das Spiel danach nicht mehr wollte. Keine Ahnung, was eben gerade los war. Ich hab gerade Windows nochmal neu gestarten, weil ich erst gedacht hab, dass das an Windows-Linion tut, dann hab ich das Spiel nochmal neu installiert, weil ich gedacht hab, dass das an ein Spiel, die hier tut, und am Ende wies ich immer noch nie anwartet, die lehnert. Also, ich wollte ihn überhaupt nicht starten. Zum Glück mach ich immer zwei. Also, anscheinend bis... Ja, ja, es war gut. Eine Kopie von mein Safe Game im Archivisen oder so. Geht man davon aus. Weil ich hab ja doppelt abgespeichert. Und bin ein bisschen zurück hier. Also, da wo wir letztes Mal abgespeichert haben. Also bei uns zu Hause, bevor wir hierher gekommen sind. Äh, muss ich alles nochmal hierher machen. Also, normal genau das, was wir gestern gemacht haben. Also, noch ein bisschen... Ich war kurz davor zu sagen, ich hab keine Lust. Aber, ich hab's hingekriegt. Also. Andere Sache. Wir wollten gestern hier Sachen auseinanderbauen. Und dazu muss ich jetzt erstmal schauen, dass wir diesen Reaktor finden. Den ich natürlich noch nicht hatte. Aber, gut. Das ist bloß eine Sache der Zeit. Äh, also die Frage der Zeit. Und es war gestern irgendwie hier, was eigentlich tot sein sollte. Ey, kannst du mal wieder aufhören, unwettermäßig zu sein? Nein, nein, so. Das ist ja unangenehm. Unangenehm. Oho. Warten Sie mal kurz, der Taut schon wieder an ihn. Ey, ihr kriegt ne Krise. Diese Scheiße hier. Oh, Alter. Junge, Junge, Junge. Das hat schon, ey. Das ist, keine Ahnung, sobald du irgendwas hier nicht neu einstellen tust oder so neu stellen musst, weil das System das nicht so richtig kapiert, ist alles Arsch. Und ich hab das nachsehen. Mecha, 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 mecha. Das ist aber auch so. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur zurückgekommen und dann zack. Und alles kaputt. Halt die Schnauze rein. Oh, das geht nicht. Echt, Alter. Ich habe nichts gemacht und zack. Schon alles wieder kaputt hier. Das ist frustrierend. Nee, nee. Ich wollte jetzt gar sagen, ob die Dinger wieder an sind, aber das dürfte ja nie sein. So, wo ist jetzt das Vieh, was hier rumquietschen tut? Hat ja ja nie sein kann, weil wir haben ja, wie gesagt, alles weggefräst hier. Oh, ich muss nachher, ich kipp mal nachher und muss, vielleicht steht ja online irgendwas. Vielleicht habe ich irgendwas nicht geraft oder so. Irgendeinen Bug oder sonst sowas. Und ich habe das nicht mitgekriegt oder so. Oder vielleicht wisst ihr ihr an, was verlieren tut. Ich bin für jede Hilfe dankbar. So, genau. Nee, da lang. Also. Wie gesagt. Spiel wollte ich nicht starten. Alles Arsch. Spielstand musste zurückgesetzt werden. Jetzt löftet. Ich hoffe, es wird noch eine Weile laufen. Das ist der Stand der Dinge. Und jetzt suchen wir erstmal den Kern. Und ich gehe hier, ob ich, oh Gott, leicht übersehen habe. Und du bist ja, du bist ja, du bist ja hier so, so luftmäßig. Das kann ja nie so schwer sein, hier so. Das heißt, ob ich da, hier hinterkommt. Aber hier ist nichts. Ich guckte das wirklich hier im Boden reingepackt. So, hier ist aber auch kein Generator. Oder sieht den hier vielleicht nicht? Nö, aber ich habe noch was anderes hier gefunden. Achso, das ist ja bloß Upgrades. Cool. Hier hinten noch irgendwie ein Generator oder sowas. Nö. Moment, 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 was, 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 was? Oh, hier, wollte ich gerade sagen, wir haben gerade hier gefunden. Oh, hier ist auch nichts. Nö, da ist auch nichts. Nö, ich würde mal sagen, hier ist kein Reaktor. weiter geht's muss ja hier irgendwo sein wir werden dich schon finden generator du wahrscheinlich hinterher oder so machen sollte die hier danke muss ja irgendwie darin gehen da da unten da läuft doch was wie komme ich denn da rein warte mal kann ich das nicht hier irgendwie vielleicht kann man das ja irgendwie kannst du nicht vielleicht brauche ich wirklich bloß hier mit andere tue gut dass ich den von ihm baut hat wird das klinikum war keine waffe haben aber die dinge noch auch eigentlich kaputte mal die tötter da bewegt sich doch was dahinter ich versuche das mal gut dass ich was sprengen mit bei hat man kann ja nichts schief gehen sieht beschädigt aus ich würde erstmal sagen nein lebenspunkte 80 von 80 da sind eindeutig rein erwartet man kann es nicht doch vielleicht wird es nicht hier doch abgefunden kann man denn da und darin bleibt oben ich habe was sie gefunden denn ich habe was sie gefunden denn es geht weiter auf der leiter es gibt weitere möglichkeiten zum sterben genau mein ding er fing und hier lang ich werde gleich irgendwo durchbrechen nicht weiter moment nein diese beschädigung eine beschädigung oder das kino eindeutig nicht gut aber wir haben schon mal weiter wir müssen ja bloß das war noch einen anderen wie ich finde wir werden dich schon finden junge denn bist du des todes oder wir eins von bienen diese sache ist noch nie ausdiskutiert oh da da warte ich hab's ich hab's gesehen mit meinen eigenen augen da ist der penner wir haben das rätsel das quietschen und knohen und hasseni sehen ihr löst also wir sind hier eine lösung auf der spur ich habe mir dabei gedacht aber wir wissen jetzt wo es nicht und wir haben die idee auf habe ich doch ja nie achtet auf den schweiß heute hört sich schon ganz schön nah an moment mal wir warten sie mal kann ich nicht hier so und dann geht er da oben hoch weiter oder alter ins nachher anderen oder was und wir werden schon hier so schritte äh lösung irgendwie so warten sie mal das kriegen wir schon in wagen sie mal freundin ich hab's geschafft jetzt seid ihr fällig es war nur niveau aber so hier sind wir runtergefallen details da sollten wir jetzt mal nur sein lassen vielleicht kommen wir ja da weiter ja 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 der groschen ist hier fallen langsam aber erst gefallen hat mit dir das ist ja mal interessant ich glaube wir kommen der sache schon näher wenn sie auf damit kann ich hier so das ist auch nicht cool spiel machst du was nicht das ist böse ja die kommen einfach hier durch ich bin schon wieder an sterben das kann doch nicht wahr sein habe ich hier äh so ein teil zeug ja habe ich aber wird mir nie weit bringen ist ja nur sowas naja verschwindet oder ja lad erst mal in ruhe nach ich bräuchte mal ernst trinken gegen gift werdet möglich moment mal ja wäre möglich wenn du äh clever wärst und nutzen würdest ach man hör damit auf oh jetzt geh mal bitte und dann ist mit mich weg ha siehste problem gelöst naja ihr denkt denn dann sowas na du auf jeden fall nicht hu ha hu ha hu ha in dem teils äh wer schon doof endet jetzt von vorne kommen wir ja vielleicht aber das ist nicht ja ja du mich auch du spornst ich hasse sowas und ich finde es cool alle bietet muss ich jetzt da oder muss ich jetzt da lang auf jeden fall bin ich schon mal woanders wo ich sonst nicht war ach man das stimmt nicht mache ich habe ein wenig respekt und angst und panik alle zusammen aber ich bin schon mal da wo ich sein wollte ach 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 du scheiße ich guck die sind äh unterwegs komm ich zu suchen einfach nicht raten die sind alle gemein kann ich die nicht von mir aus weg kotzen ja können sie und ich kann aber auch muss darüber und dann muss ich runter schießen das hat sehr 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 gut funktioniert machen wir hier noch vor beruhe das hat überhaupt nicht funktioniert ach ach das ist nicht auch nicht wir wissen die aber nicht warten sie mal kurz ich muss mal nachladen das spiel hat ja schon mit also schon mit zurück ich höre immer noch mal quatschen aber du kannst nichts machen moment hat kriegen ein jetzt muss ich erst mal um die ecke gucken weil ich glaube ich ach so ich verstehe ich verstehe jetzt nicht ich weiß nicht ob man das merkt warum hast du die knarre schon mal wechselt unfaire verhalten gehen sie weg von der tür jetzt ist er bestimmt vor meiner tür und er zieht größer aus als die anderen ich bin bloß vorsichtig ich bin bloß vorsichtig ich bin bloß vorsichtig jetzt sind nämlich sehr sehr viele falsche richtung man war ich schnell tot lauter geheimnisse und die kapsel entdeckt heute erst war ich gefrustet jetzt bin ich gefrustet und erfreut erfreut ein freufrust er denken dass er meine kniffen immer rankommen und dann muss ich erst mal kicken wie die kacke mache man sieht auch nicht ob die da stehen jetzt ja ach das ist nicht so gut das ist gar nicht so gut moment mal moment mal kurz doch die schille gut hier ist jetzt schon mal nicht das nimmt der andere weg gewesen den richtigen wie ich finde war der richtige wie ich diese tonig hier lang hier lang erst mal nase juckend war noch nicht nur ihn weiter wenn es natürlich die frage ob ich am mensch dafür da rankommen und das geht ja auch nur hier weiter die gruppe besuchtet weiter was wir weiter wollen gut ist natürlich dass sie jetzt alle dastehen wo wir hin müssen also das ist natürlich jetzt genau da wo ich hin muss war scheiße ich habe ja meine orientierung mit bei muss ich da genau jetzt darin krabbelnde viecher die habe ich schon mal da unten drinnen das hilft uns aber nicht wo ich jetzt mein zeug habe und ob das noch da ist das ist schwierig das ist der weg 100 prozent vielleicht wir vielleicht sollte ich die da noch mal hin und denn wenn ich jetzt schaffen dann schaffe ich es wenn ich denn ich drück mir die daum ich bin bloß auf der suche nach meinen loot ist alles in ordnung alles gut habe ich hätte jetzt nicht mit gerechnet ich habe die dorale weggekriegt mit der musik nochmal wegkriegen ich habe gedacht ich habe die wegnehmen ich brauche ihn ja wieder das ist ja mal kacke ich konnte eben nur durchschießen und jetzt auf die mann nicht mehr oder was ist ein anderes ding ich muss mal kurz was versuchen ach so ich komme auch hier so durch das ist jetzt nicht dein ernst ich hatte doch mein anzug an und der hat immer zu ihr wissen und dann war arsch ab kann ich den ja scheiß normal finden hat es nicht mit tat ist nie nett aber warte mal kann ich jetzt vielleicht nach mir kann ich nicht ich wollte gerade sagen kann ich jetzt durchs fenster durch kannst du nicht was erkenne schmilzt die mir ach man was für ein pech muss man haben und ausgeprägt aber wir haben recht ich muss da in dieser ding drin geht es nicht mehr das war nicht ich will nicht mehr ich habe keine lust mehr ich hatte noch vor fünf sekunden im dicker drang ihr habt jetzt nicht mehr nicht die bohne eigentlich jans aber es schwindet schon ich habe keinen bock auf dich jetzt gerade nicht ein bisschen gefrustet kann ich jetzt hier ja kann ich sollte ich aber nicht habe ich gerade so festgehalten halten sie mal fest das ist nicht mein weg und wenn ich jetzt hier bin können sie mir nicht krielen ich krieg ne krise kommen sie jetzt endlich hierher genauso und das war mein plan ich weiß ja nicht warum sie das das ist auch in der selben länge von vorhin ne oder können die auferstehen Vampire es sind Vampire ich sage euch direkt ihr ekelhafte Vampire also das ist ja keine leiter nach oben ich habe gedacht das ist ein leiter ja pipa papa papa piepst ich selber du pipa jetzt muss ich den ehren da wegkriegen der ist da hinten so und nicht anders es sind schon wieder so viele aber diesmal wächst den ihr zeigt diese paar versen perversen lief die schutz ist erste wahl erste damen und erste wahl ja 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 ich hasse die viecher und den volle möhre der die ist ja ja nie tot warum ist nicht ich hab dich doch erschossen ok jetzt ich bin jetzt auf die stelle stehen schenken die bessere wahl zu sein ich muss mal kurz mit den natten du bist doch tot halt die klappe dahinter hier fällt mir ja nicht ist ein sehr sehr große tor ich bin vorsichtig hier ist schon tot es schützt mich aber nicht euch ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon das ist irgendwie schützt das problem ist nicht und dann ist ein problem ich sehe keine schützt um irgendwas hat auf mich geschossen hier ist auch nichts er gab es auf dem boden um die tatsache ah das ding ist es na gut lecku mio das kann doch nie wahrsehen du droht icke nicht also noch nicht war vorsichtig hier ist ja alles voll ich würde mal sagen ich bleibe jetzt erst mal hier oben drauf stehen und baller die jetzt immer schön außer entfernung hier ist noch nicht wird die kann ja die erst mal einsamen und dann das wäre nicht cool gewesen ich habe es nicht getroffen down down dahinter neuner ich weiß es nicht trau der ernsten schose hier nicht bin zu oft gestorben wenn es jetzt für eine rüstung oder so noch nicht mal so richtig krass geil ist ja ja ich glaube noch mal nach das haben wir auch schon mal da ist der kern glaubt wir haben den kern erreicht die draußen gerne wurde er sagt lila nicht kaputt machbar gut dann können wir das ding doch nicht abholen so ich habe gut dann nicht weiter traut der herzen schose überhaupt nicht wie sagte das noch nicht alles lassen sie mich hier durch ein roter container ich bin gerade ein bisschen kopfmäßig überfordert ich versuche nämlich gerade alles so ein bisschen aufzunehmen also nicht aufzunehmen nicht dass ich hier irgendwas übersehen irgendwas wichtig dass man nicht lernen kann das ist ja ein bisschen komisch aber wie gesagt ist noch nicht alle das kann noch nie alles sein weil wie gesagt man hört ja immer noch die kreiber und so also so apropos kein fahrrad mal benickt hat er nicht lebensenergie mäßig zu tun oder in gegenteil man kriegt ja nur lebensenergie naja ok das war nicht so gut man sollte nicht übertreibende wird etwa doof die nächste mod habe ich gar nicht gesehen kostet uns jetzt die energie das geht aber weg kostet uns nahrung das heißt ich muss nach hause beziehungsweise erst mal raus aber ich sag mal so wo in zwei sachen haben wir heute abgesnackt ist ja nicht so verkehrt gewesen wir werden auf jeden fall noch mal herkommen müssen vielleicht mit ein bisschen mehr nahrung und so ja scheißen dreck nahrung ja also gerade raus zu kommen alles gut ich frage es mir wo wo ist draußen ich sterbe schon wieder war auch mann hoch mit dir ich will wenigstens hoch dass ich den anzug jetzt muss ich bloß nahm ins darf rankommen er kommt sie ja könntet da war die immer weg dankeschön mann nimm nur die schrotze mehr so die rache war perfekt jetzt erst mal nach hause nach dieser anstrengenden alter so oft bin ich ja noch nie gestorben und jetzt sage ich der meister des sterbens jetzt komme ich nicht mehr auslösen also leute ich fliege jetzt nach hause ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr habt einen schönen tag und wir sehen uns morgen wieder selbe stelle selber wenn er aber ich weiß noch nicht wie lang war die tier noch machen der packt noch es ist noch nie so ganz 100 prozent mit sein soll aber es ist nicht so schlimm also bis dann erst mal raus tschüss 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 G islands